Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zurück zu Rule the Waves 3 from Ironclad to Missile Age. Ja, from Ironclad sind wir mittlerweile weit entfernt, auch dank des einen oder anderen Neustarts. Ich habe schon einen Post unter einem Video bekommen, wo mir nahegelegt wurde, jetzt nicht nochmal neu anzufangen. Ja, das habe ich auch nicht vor, tatsächlich. Ja, für mich ist das Spiel nach wie vor so richtig neu nicht mehr, aber es gibt den einen oder anderen Lerneffekt, den ich in diesem Let's Play habe. Und dem ist das geschuldet, wobei jetzt der letzte Neustart einfach, ja, weil ich das Szenario einfach nicht so kannte und mir nicht ganz so bewusst war, was das dann eben spieltechnisch bedeutet. Wenn wir hier wirklich nur mit zwei Vorkriegsschlachtschiffen und ein paar leichten Kreuzern und völlig ohne finanzielle Mittel spielen, das ist tatsächlich echt hart. Und vor allen Dingen als Let's Play, glaube ich, nicht so spannend, weil einfach ein bisschen wenig passiert. Dieses Jahr wird hoffentlich viel passieren. Wir haben in der letzten Folge, ja, unsere Flotte strukturiert. Wir haben sie entschlackt. Wir haben die Bedingungen des Washingtoner Flottenabkommens erfüllt. Wir sind sogar darüber hinausgegangen und haben ein bisschen, ja, Trouble ist zu viel gesagt, aber ein bisschen Spannung mit der Sowjetunion. Wobei die Sowjetunion jetzt nicht unbedingt ein Gegner ist, vor dem wir uns fürchten müssen. Sowjetunion, Großbritannien ist da schon eine andere Hausnummer, ist natürlich der Maßstab der Dinge. Wir gucken mal, Advanced, Behind, 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 Backwards. Also die Sowjetunion ist technisch sogar gar nicht so schlecht, aber ich würde sagen, den Maßstab bildet hier das British Empire. Naja, nicht, weil wir mit denen unbedingt den Krieg suchen, sondern weil die einfach von der Flottengröße, aber auch von der Technologie, auch ein paar U-Boote, sind die einfach die Zweitbesten nach uns. Naja, nein, aber mit denen sollten wir uns messen. Jetzt will ich mal gucken, was haben die dann hier für Zerstörer, 800 Tonnen. Wir gucken uns mal diese Dinger hier an. Ships Under Construction, okay. 18 Knoten. Okay. 1919. Das ist alles die Dependence-Klasse. Aber die werden ja hier wahrscheinlich dann, Arun und Gala werden wahrscheinlich ein bisschen besser sein. Hier haben wir noch 1000 Tonnen. Die Durban-Klasse, na komm mal her. 34 Knoten. Ja, das ist auch so die Geschwindigkeit, die ich im Sinn habe. Die haben hier anscheinend nur einen Werfer, also zwei Singlewerfer so, zwei Geschütze, also auch das. Wobei jetzt die Zerstörer sich natürlich auch im Kampf mit anderen Zerstörern sind, aber, ja, auch andere Aufgaben erfüllen und nicht nur gegen die britische Flotte kämpfen. Wir werden mal in den Schiffsdesigner reingehen. Doch bevor wir unsere Zerstörer-Flottille aufbauen, möchte ich, wir gehen vielleicht sogar mal auf 1100 Tonnen, möchte ich ganz gerne unsere Minensuchflottille ausbauen. Ich habe gerade, deswegen gleich kurz, habe ich kurz inne gehalten, als ich gerade überlegt hatte, wir haben ja keinen Zugang zu Öl. Ja? Vielleicht weiß das jemand für euch. Also mal Frage an die Admiralität, beziehungsweise an meinen Stab. Oil Production, Processing, Österreich, Ungarn, ah ja, interessant. Sumatra, USA, 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 und die Sowjetunion natürlich. Ah ja, und hier ist der Access to Oil. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte hier, sieht man das eigentlich auf der Karte, wo das Öl herkommt? Ich gucke mal in den USA, das ist vielleicht einfacher. Hm. Nee, also auf der Karte sieht man das irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier mal die Information von den Gebieten, gucken wir uns das mal an. Base Capacity. Da stand ja, da steht einfach nur USA, da steht nicht, woher es kommt. Also die Golfregion, also die Golf von Mexiko oder die Karibik, besser gesagt, das ist natürlich eine Ölproduzierende Gegend. Allerdings, glaube ich, nicht damals. Heute mit den Bohrinseln und so. Damals glaube ich nicht. Das kam wahrscheinlich aus Texas, ne? Mittleren Westen vielleicht auch. Kalifornien. Aber das steht hier anscheinend nicht drin. Okay. Dann ist das so. Aber das ist halt anders als in Dreadnoughts. In Dreadnoughts können ja auch, da kann man ja auch die Ukraine zum Beispiel erobern und so. Das geht, glaube ich, hier nicht. Also hier kann man nur die Fähnchen erobern, meine ich. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt, ja, keine Ahnung, die Ukraine erobern können zum Beispiel. Interessant auch, dass das Schwarze Meer gar keine Seeregion ist. Weil das ist es natürlich de facto, ja. Also gerade für die Ukraine oder auch für Südrussland, nennt man das hier Südrussland? Ich weiß es nicht. Oder Rumänien. Hier sind übrigens dann die Ölfelder von Rumänien, Pliosti. Da ist es natürlich schon eine, ja, man sieht es jetzt am Ukraine-Krieg letzten Endes. eine geostrategische, hochwichtige Region, ja, das Schwarze Meer, auch für den Export, ne. Getreide war ja damals auch schon so, dass die Ukraine, ja, die Kornkammer Europas ist und war, aber ich vermute ja auch mal, der Handel mit der Türkei und so geht seit, wahrscheinlich seit Jahrtausenden, ja, über das Schwarze Meer, weil hier hast du ja den Kaukasus, ne. Also hier müsstest du dann mit der Karawane durchs, durchs Gebirge gehen. Also, denke ich mal, gibt es hier seit Jahrtausenden Schiffsverbindungen, also, oder seit Jahrhunderten. Obwohl, also ich konnte mir vorstellen, zu Zeiten vom Römischen Reich oder Griechenland, Troja, ja. Troja war ja, glaube ich, war Troja irgendwie hier oder so, dass du da auch den, die Zufahrt da zum Bosporus oder, oder hier irgendwie, ich weiß es gar nicht, vielleicht, aber ich glaube, ne, irgendwie war Troja, glaube ich, irgendwie hier in dieser Gegend, aber, ja, ihr seht, antike Geschichte ist nicht unbedingt mein Steckenpferd. Was mein Steckenpferd ist, ist die Marina. Ich komme hier total ins Quatschen und dabei wollen wir bleiben. Ja, aber es sind solche Gedanken, die man sich halt macht, wenn man hier auf Schiffdesign klickt und dann so eine Korvette, die kann ich auch mit Kohle betreiben, ne, also, das ist, das ist nicht das Problem, weil, wir gucken jetzt mal, ja, weil einfach, falls man uns den Ölhahn zudreht, habe ich kein Problem mit dieser Korvette dann, versteht ihr? Deswegen habe ich da jetzt, das sieht nicht schön aus, gefällt mir nicht, gefällt mir auch nicht. So, oder? Also, manche sind ja dann wirklich lieblos gestaltet. So, 2200 Tonnen, die ist natürlich dann auch ganz schön teuer und ganz schön groß, das wollen wir nicht. 2200 Tonnen, reicht mir doch. Ja. Ähm. Remove. Remove. Oh. Shit. Starboard, jetzt habe ich zwei Port. Remove. So, Starboard Port, jetzt mache ich mal, äh, Auto-Place. Ja, da sind sie ja wieder. Ähm, also machen wir Remove und wir machen Remove. Ist das dein Ernst? Ach, ich mache einfach hier die Numbers, ne? Mache hier einfach auf zwei, die Esel. So, dann machen wir jetzt nochmal Set Position. Das ist eigentlich ein ganz schöner Ort hier. Oder hier. Okay, was soll diese Corvette können? Die soll vor allen Dingen ein bisschen leichter können und dazu machen wir mal 18 Knoten. Dexpanzer machen wir mal auf null. Das ist ein Quatsch. Oh, 1000 Tonnen reicht. Ja, ähm, Minenlegekapazitäten, äh, Minensuch und dann haben wir noch mehr Tonnage, da könnten wir natürlich auch hergehen und die, äh, Jagdfähigkeit ein bisschen hoch. Da haben wir so, ja, so ein bisschen, na, also können wir doch auch mit Kohle betreiben. Warum denn nicht? Sparen wir Öl. Medium. Ja, ich mache mal Medium, ich mache nicht auf Short, damit die, also, natürlich könnte man jetzt hier sagen, wir machen Short, dann, äh, operiert die in der Ost- oder Nordsee, aber wenn wir jetzt meinetwegen mit der Sowjetunion Krieg haben und die vernichten alle Korvetten in der Ostsee, kann ich im Kriegsfall die Einheiten mit Short nicht mehr, äh, von der Nordsee in die Ostsee verlegen, ja, ähm, ich mache mal 1,5. Das kostet ein bisschen mehr Geld, aber nicht viel. Kolonialservice brauchen wir nicht, das, dann können wir auch hier die, Panzerung wieder hoch machen, Deck, ja, Deckspanzerung ist, glaube ich, nicht so wichtig, Canning Tower kann man ja auch nochmal panzern, zack. Ja, das ist dann zu viel. So, dann brauchen wir einen Namen. Weddingen. Seezunger, mhm, Seezunger, das ist ein, das ist ein feiner Fisch. Beziehungsweise, ne, ich glaube, ist, ist das, äh, ist Scholle der Edelfisch, den ich jetzt meine und man kriegt eine Seezunge oft vorgelegt? Oder ist das dann eine Plunde oder so? Da muss man nicht aufpassen. Also bei, ne, hab ich jetzt verwechselt, siehste, äh, bei Scholle, wenn ihr im Restaurant Scholle bestellt, müsst ihr aufpassen. Wenn die zu billig ist, dann ist das eine Plunde oder eine Seezunge, also warum war das? Ich meinte eigentlich Scholle, das war gerade ein, denkfehler, das ist noch früher Morgen, daran liegt das, wie lange man sich auch mit einem Namen aufhalten kann, ne? Rüstringen. Ne, Delfin. Ach, warte mal, wir können auch noch scrollen, glaube ich, oder? Ja. Osnabrück, Nixe, sorry, ich muss da jetzt einmal durch, Bertha, Bertha finde ich cool. Oh, äh, alles klar. All is now available, are you sure? ähm, no chip is overgunned, ja, fantastisch. Guck mal, da machen wir das mal auf zwei, das ist immer noch overgunned. Fire Control is not the best available. Kostet das dann viel mehr? Naja, 40, ne? 40, wenn wir halt, ähm, Central Rangefinder, ähm, is not allowed, und, ja, so, ne, wenn das 20, 25, ähm, Reichsmark teurer ist, und wir bauen halt fünf Stück, ne, da ist das gleich schon wieder ein Hunni, ja, für irgendwas, was, was wir eh nicht so unbedingt brauchen. Haben wir immer noch einen halben Ench irgendwo? Okay. Da. Oh, okay, dann machen wir sie weg. Aber es wird einfach billiger, ne? Das muss man einfach sagen. Zack. Na gut, das macht nicht viel aus. Das können wir lassen, aber die Deckspanzung war teuer. Und belt machen wir auch. Ja, guck, das kostet 20, ne? Haben wir jetzt, ähm, die Kosten dann nochmal deutlich reduziert, ja, fünf Stück bauen wir gleich, dann haben wir, 250 gespart. Also, ähm, ja, das lohnt sich schon, da mal zu gucken. Was macht das denn für einen Unterschied jetzt vom Rangefinder-Preis hier? Ne? 30 kostet das gleich. Hier machen wir Central Rangefinder, das ist okay. Ich mache jetzt doch Öl, wenn er mir das hier anmerkt. Dreadnought, mal late Dreadnought, nee. Dreadnought, das passt mehr in die Zeit. Okay, dann haben wir die Corvette Bertha. Ups. Ich glaube, das ist zu leicht jetzt, ja, muss mindestens 900 Tonnen sein. Ach so, und wir haben natürlich dann hier das Problem, dass wir weniger Minen legen können, ne? Guck mal, dann können wir hier 16. Ist dann so groß wie Zerstörer, ne? Wird aber nicht unbedingt teurer. Monthly Build Cost. Na ja, doch, wird teurer. Es dauert halt länger zu bauen, ne? Das geht gleich zwei Monate hoch. Aber wir können hier zwei Minen mehr mitnehmen. Machen wir mal. Ja, also die Werft ist dann einfach zwei Monate länger belegt, also, guck mal, vielleicht machen wir mal so. Haben wir einen Monat gespart. das heißt, das heißt, wenn wir fünf bauen, haben wir, ja, tausend gespart, ne? Also, so, so machen wir das. Die dicke Bertha, so dick ist sie nicht. Dann haben wir ein bisschen mehr Mine, haben wir sogar Uyakt mit drin. Jawohl. Des Weiteren brauchen wir natürlich Zerstörer. Können wir jetzt bauen mit 1500 Tonnen. Wir können sogar eine Superimpost, also zwei Geschütztürme in einer Achse vorne bauen. Motor Torpedo Boats Enavals Building of Motor Torpedo Boat Squadrons. Wie geht das? Macht das der Battle Generator? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt gerade entdeckt. Also, das, komm mal her. Das macht wahrscheinlich der Battle Generator, ne? Ich glaube, das gibt es hier auch. Und bei Sport, Flight Deck, irgendwo hier, oder bei Fleet Tactics oder so, also so Carrier Task Forces, ne? Achso, da wir gerade bei der Forschung sind, da würde ich auch gerne nochmal, ich würde das gerne mal auf High machen und das auf Medium, weil wir hier einfach hinten dran sind, ja? Und hier eben so, Fire Control machen wir mal auf Medium und das auf High und dafür ja, und dafür nix. Ship Design Low, ich kenne es irgendwie alles wichtig, ne? Es ist unheimlich schwer, sich hier zu entscheiden. Explosive Shells, Anti-Submarine Warfare, könnten wir fast hier Medium machen und das auf Low. Ich weiß, U-Boot-Krieg ist wichtig und so, aber dass wir hier einfach ein bisschen nachziehen. Ja, so machen wir das mal, aber gerne könnt ihr da natürlich Anmerkungen in die Kommentare schreiben. So, wir haben jetzt 20 Minuten gemacht. Wir bauen erst mal die Korvetten-Bildschirp, achso, ne, da müssen wir erst mal einen, hopps, einen Zug machen, aber vorher würde ich nochmal in die Base Overview reingehen und unsere Luftwaffen bei, ah ja, es wird hier schon gebaut. Okay, alles klar, dann machen wir mal weiter. Rebellion has broken out in the British possession of New Providence. Das müsste in der Karibik sein. New Providence Island, kennt man glaube ich so aus Piratenfilmen. So, jetzt wird hier gescrapped. gescrapped, gescrapped, gescrapped. Okay, go to build screen, das machen wir. Also, die Beta, da bauen wir vielleicht gleich sechs Stück. Oder acht. dann hätten wir vier für, ja, vier für jedes Seegebiet. So machen wir das. Ah ja, da sehe ich gerade, wir haben hier schon was im Bau und zwar brauchen wir das alles nicht. Also nicht alles nicht, sondern ein paar Sachen nicht. einen leichten Kreuzer hier, den nehmen wir raus, weil wir das Design jetzt einen neuen leichten Kreuzer. Dann haben wir hier einen Zerstörer, 1432 Knoten, wir gucken uns den mal an, die S36 und die G41. Nein. Design, so, mit Kohle nämlich noch, ja, du, 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 okay, der fliegt raus. Der fliegt raus. Und Open Design mit Kohle, der fliegt auch raus. Scrap. So. Und jetzt haben wir hier noch ein ganz interessantes Projekt, die Columbia. Wir gehen mal ins Design rein. Das ist ein Seaplane Carrier. Ja. Kann man natürlich machen, ja, als, ich nehme mal einen Kaffee, während ich hier sinne über dieses Projekt. Wie viele Flugzeuge haben wir da an Bord? Fünf. Kostet uns 500 im Bau. Also, jetzt kommt mal ein ketzerischer Gedanke. Und zwar habe ich mir überlegt, einen schweren Kreuzer, also die Victoria Louise, behalten wir. Das ist, finde ich, ein, ja, ganz passables Design, auch wenn, wenn gleich mir hier diese Türme an der Seite nicht gut gefallen, aber vielleicht lässt sich das noch ummodeln und man kann hier Triple Turrets zu machen, aber ich glaube, da kriegen wir Probleme mit einem Flottenabkommen, aber generell ist das ein ganz cooles Design. und das hier ist ja von 1905, ja gut, die sind alle sehr alt, aber von 1905 wir hatten hier eine Tonnage von 13.400 Tonnen und ich hatte mir überlegt, Open Design for Rebuild, hier, wir gucken noch mal, was die Forschung macht, vielleicht, dass wir die ein oder andere Erfindung dahingehend noch machen und den zu einem Träger, ich werde das schon mal jetzt hier da mal draufdrücken, wir könnten, so, da brauchen wir natürlich eine andere Maschine, das kostet uns auch richtig Geld, wohlgemerkt, 24 Knoten reicht hier, Balch können wir vielleicht noch machen, da haben wir ein bisschen, ja, Schutz, Schutz, Gott, Schutz gegen Torpedoangriffe, Schuss, so 23 Flugzeuge, wir würden die Baukosten von 500 sparen, das heißt, wir würden den schon für 1100 kriegen, also dann bräuchten wir natürlich den Seaplane Carrier nicht mehr und ja, wir hatten einen Träger für die Flotte, könnten damit erste Erfahrungen sammeln, tatsächlich ist es so, dass in diesem Zeitalter natürlich Schiffe mit weitreichender Artillerieträgern überlegen sind, also auch mit dieser Flugzeuganzahl, weil, also du musst auf große Räume musst du kämpfen, du musst tagsüber kämpfen, ja, also ein Schlachtschiff kann durchaus auch mal ein Nachtgefecht führen, wenngleich das natürlich wesentlich unpräziser ist, es ist aber möglich, dadurch, dass der Träger nachts nicht kämpfen kann, hätten Schiffe mit Artillerie die Möglichkeit, nachts aufzuschließen und in Schussreichweite zu gelangen, dann hast du eine, ja, Time to Target sozusagen, also die Flugzeuge müssen gestartet werden und haben eine Anflugszeit, die haben eine Zeit dann über dem Ziel und die haben eine Rückflugszeit, in der Zeit, also hin und Rückflug, macht der Träger einfach keinen Schaden, ne, dann müssen die Flugzeuge für den Start vorbereitet werden, bewaffnet werden, betankt werden, das kostet Zeit. Das ändert sich natürlich, ja, später, wenn die Reichweiten der Träger exorbitant groß sind, wir gucken jetzt mal in die Airgroups rein, nein, wir gucken in die Aircraft Types rein und gucken uns hier mal ein Patrol Aircraft, der Torpedobomber wird eine geringere Reichweite haben, also wir haben eine Maximalreichweite von 155 Meilen zur Zeit, ne, das ist nicht sehr viel, das ist ausreichend natürlich für Nord- und Ostsee, das muss man auch mal ganz klar so sagen, also wir behalten das mal im Hinterkopf, vielleicht gebe ich das auch mal zur Abstimmung, das machen wir so, wir stimmen mal in den Kommentaren ab und ihr schreibt einfach mal rein, was ihr zu dem, zu der Idee haltet, weil 1905 ist natürlich echt ein alter Obel, ne, also den zu modernisieren, 22 Knoten, also wir kriegen da auch keinen Kreuzer hin, der dann irgendwie 28 Knoten läuft oder so mit der Rumpfform, das geht hier vielleicht schon eher, ich will mal eben hier reingehen, einfach damit wir jetzt alle Daten, wir machen mal hier Replace Machinery, wir machen Oil und wir gehen mal auf 28 Knoten, was ein ganz gutes Tempo wäre, das geht noch, so und dann kriegen wir auch schon Probleme mit der Tonnage, ja, wenn wir jetzt das hier machen, ich glaube, hier geht das nämlich glaube ich nicht, Replace Machinery, das ist 28, hat man da, das ist halt eh Overhead, so, ja, also als schwerer Kreuzer taugt das Ding ohnehin nicht, also ich glaube, damit sind die Würfel auch schon gefallen oder man verschrottet ihn, das geht natürlich auch, ja, weil wir haben natürlich auch hier, gut, er ist jetzt in Reserve, aber wir haben hier roundabout 200 Apps, ja, an Kosten, wir könnten uns den Bau der Columbia sparen, die ist sieben Monate fertig, das heißt, sieben mal fünf sind 3.500, also 3.500 würden wir uns sparen, wenn wir das strappen, würden wir auch noch mal ein bisschen Geld kriegen, gucken mal in die Forschung rein, Early Launch, Early Air Launch Torpedos, ich mache hier mal High, dafür gehen wir hier mal auf Medium, ich will auch die Submarines mal auf Medium machen, so, weil da haben wir einfach schon einen guten Wert, okay, ich glaube, wir machen das in jedem Fall, ihr könnt trotzdem mal, schreibt mir mal eure Gedanken dazu in die Kommentare, ich werde das aber auf jeden Fall mal scrappen, das Ding, weil, ne, wir gucken, wir gucken uns das noch mal an, Open Design, also, ja, wir haben, ähm, dann fünf Flugzeuge, aber ganz ehrlich, also spätestens, wenn wir die leichten Kreuzer mit 10.000 Tonnen bauen können, dann kommt da sowieso ein Aufklärungsflugzeug drauf, weil, äh, das braucht ein Scout sowieso, das braucht auch ein Raider und da unsere Träger dann oder unsere Schlachtschiffe besser gesagt, dann von leichten Kreuzern eskortiert werden, hätten wir sowieso Aufklärungsflugzeug, also ich glaube, wir brauchen das glaube ich nicht und wir können hier dann nochmal 500 sparen, so, kriegen wir nochmal 49 und dann können wir doch das hier auch rausschmeißen, Rebuild, habe ich das als Rebuild gemacht oder, ja, aber das kostet nichts, also das lassen wir mal, was immer da, war ich das oder war das die KI, weiß ich gerade gar nicht mehr, so, dann könnten wir rein theoretisch was haben wir denn für leichte Kreuzer, hier haben wir einen von 1918, Open Design, ja, ich glaube, wir können noch keine, warte mal, ich mache es einfach mal, Design Chip, und zwar leichte Kreuzer, so, forward, increase guns, Bildung, das ist natürlich, double, ja, das haben wir nicht, vorher bauen wir keine leichten Kreuzer glaube ich, ok, dann würde ich die Zerstörer jetzt mal bauen, ein 1500 Tonnen Zerstörer Typ, der ein bisschen schick aussieht, der ein bisschen was her macht, mal kommen, ja, ich will mal eben gucken, Grafik, ähm, und dann, move layer, ups, so genau, das wollte ich, so, oder, wie kann ich jetzt den Schornstein, ich bewege irgendwie immer nur das gleiche, ok, ich kapituliere, um euch nicht weiter zu nerven, so, das ist ein bisschen schade, dass das alles so schwierig ist, irgendwie mit dem, mit dem Schiffsdesigner hier, mit dem Graphic-Dings, das ist furchtbar, vor allen Dingen, wenn ihr Visual, Visual, äh, hier dazu machen wollt, ja, da kommt halt ernsthaft so ein Ding hier, ja, also, naja, also das ist wirklich die ganz, ganz große Schwäche, ohne das mit Dreadnoughts vergleichen zu müssen, ja, ist das, ist das scheiße, also, das muss man mal so sagen, der, hier, das, der Part, den finde ich geil, das gefällt mir richtig gut, aber das Aussehen, das, das nervt, Increased tubes, ja, oder, so, 1500 Tonnen, es ändert nichts an der Fähigkeit, hier U-Boote zu bekämpfen, ne, ich glaube, Dual Purpose haben wir noch nicht entwickelt, ne, also Dual Purpose ist, dass die Geschütze auch als Flak-Artillerie eingesetzt werden, aber wir können hier Flugabwehrkanonen, weil das natürlich Begleitzerstörer auch sein sollen, ne, Increase Elevation, Rounds, da habe ich mal 200 machen, ne, 34 Knoten, Naja, wenn wir dann die Tonnage erhöhen können, dann bauen wir aufgrund dieses Modells dann ein neues Modell, wir haben, so, wir nehmen die S20, weil wir das Jahr 1920 haben, ne, und wenn man die Tonnage auf 2000 hoch geht, bauen wir auf, ja, aufgrund dieses Modells dann einen 2000 Tonner, der dann auch Panzerung hat, aber mir war jetzt die Geschwindigkeit hier wichtiger, so, ja, und U-Jagd kriegt der vor allen Dingen, also das ist ein Begleitzerstörer, ne, der halt hier ein bisschen Flak-Cover gibt und eben U-Boote jagt, der ist nicht für den Minenkrieg gedacht jetzt, dafür haben wir unsere Korvetten, haben wir jetzt alles bedacht, ja, sieht so aus, da kriegen wir dann ein Problem, ich überlege gerade, wenn man, da hätten wir einen Knoten weniger, wir hätten aber nochmal, ah, da kriegt er hier aber Top-Load, ja, okay, ne, dann lassen wir das, ne, kriegt er in den Nachfolger, Entschuldigung, ja, ich dachte, wenn wir als Begleitzerstörer, ne, dass der auch andere Zerstörer halt besser abweisen kann, dann eben hier nochmal ein kleineres Kaliber, aber das können unsere leichten Kreuzer auch gut, vor allen Dingen ist hier die U-Jagd, ist das Allerwichtigste, haben wir jetzt ein Value von 8, eine hohe Geschwindigkeit, dass er auch mal einen Torpedoangriff fahren kann, hier mit seinen Vierfachwerfern, safe and finish, okay, dauert einen Monat, next turn, so, da sind wir gleich beim nächsten, we have finished construction, airbase in Germany, zack, sehr gut, the Chancellor, the Chancellor has made an ill-considerate statement about Spain, ach, guck mal, hier mit Japan, wir machen mal few all relations, Spain, what is the response, try to explain, ne, you will not comment, ja, das ist eher mein, mein Favorit, und hier können wir Budget, Prestige und Tension kriegen, das machen wir mal, der wird schon recht haben, der Kanzler, hehehe, er gibt Geld, ist ja nicht so, dass ich nicht käuflich bin, so, ne, weil da haben wir nämlich gleich, hier die Möglichkeit, aber gut, das wird nicht lange, mach mal, wie viel gehen, waren das sechs, bauen wir mal sechs Stück, da haben wir einen Geschwader, was wir bauen, komm, wir machen das, wir scrappen das hier, das macht aber keinen Sinn, wir bauen lieber so noch zwei Berthas, Bildschirp, dann haben wir das einheitlich, dann haben wir zwei Minensuchflottillen, ein Zerstörergeschwader, was wir hier bauen, jetzt haben wir immer noch 2000, aber ob das jetzt so lange hält, glaube ich ja nicht, ne, die 2000, in Midway, hey, so, unsere Flugfelder sind auch fertig, Soviet Zerstörer, 33 Knoten, 1100 Tonnen, 10 Minen, beim Float Baron, ja, machen wir, und zwar ist natürlich die Range und Speed, oder? Das gucke ich mir immer gar nicht mehr an, da die, 2400, diese Nachrichten, die da eingeblendet werden, ne, gucken wir mal, Chips & Service, wir haben bis jetzt nur die Hesse, die Hesse, ich würde die, angesichts der entspannten Lage, die Elsass noch in die Reserve, und die Hansa, die, Fürst Bismarck, da ist mir der Name zu groß, als die in die Reserve zu schicken, und dann sparen wir insgesamt 900, dann können wir noch einen schweren Kreuzer, hier, die Hertha, und wir könnten auch überlegen, also, wir bauen den auf jeden Fall hier um, zum Flugzeugträger, ich will einfach noch ein bisschen auf neue Erkenntnisse warten, könnten natürlich mal anfangen, 1916, oder warten wir noch ein Momentchen, was haben wir denn hier noch für alte Hobel, 8000 Tonnen, ob wir sein für Rebuild, auch der hat schon hier Zwillingsgeschütze, Upgrade, Jo, nicht so schlecht, Leute, nicht so schlecht, das machen wir mal, der kriegt natürlich eine neue Maschine, warte mal jetzt, Call, 28, dann werden wir die Geschütze mal upgraden, und das zu visualisieren, machen wir das auf Dreadnought, wie viel, sie könnten natürlich, ach so, hat er dann Increased Elevation, Improved Flight, äh, nicht Flight Director, Improved Director hat er schon, und guck mal, der hat hier einen Werfer, Swivel, ich mach mal das hier, delete, können wir das Increase machen, dreifach Werfer wenigstens, können wir das Increase machen, Bind den Geschützen, Bind den Geschützen, Kaliber 6, Kaliber 6, Bolched, ah ja, okay, dann machen wir Additional Deck Armor, Slightly Overweight, jawohl, da gehen wir, ups, machen wir die bei 29 Knoten, und ganz schön viel Artillerie hat er auch an Bord, ne? So, Note Turret A, Main Guns, Less Than Nine Inch, In Caliber, in Turrets, Without Reliable Training, and Elevation Gear, Turret, ähm, Rate of Fire, Reduced by 10%, Without Reliable Training, and Elevation Gear, wenn ich das wegmach, damit hat das nichts zu tun, Er ist in der Emotion Zone, 11.000 bis 3.000 Yards, against Sixth Inch Guns, wenn ich das jetzt Decrease mache, das ändert nichts, er ist nicht legal, ne? Increase, increase, delete, mach die mal weg hier, ist trotzdem ein schwerer kreuzer wie beliege kalibragan haben wir design for rebuild aber das hat er eh schon okay dann lassen wir das so also replace machinery oil das machen wir auf upgrade dann werden die money modernisiert des weiteren hatten wir hier die die ganzen sub dinge raus dafür kriegt er hier dreifach werfer increase dann das ist okay das machen wir auf dreadnought geschwindigkeit 28 knoten genau also das bedeutet ja nur dass die rate of fire also ist natürlich nicht so schön weil die wichtig ist die rate of fire aber mein gott also increased elevation dann haben wir eine größere reichweite könnt ihr die upper belt armor kann man ein bisschen also wir können ja auch die panzerung teilweise dass eine deck armor wird dann zu schwer 30 knoten schaffen wir leider nicht dann bleiben wir bei 28 knoten jetzt schaffen wir auch nicht können die türme noch ein bisschen besser panzer upper belt ok 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 ah ja aber was wir machen können ist flag total wichtig so und dann kann der noch mal eine weile sein dienst versehen würde ich sagen wir zahlen jetzt natürlich auch 1500 der ist aber dann schon in zwölf monaten fertig 10 sind 1500 15.000 sind 18.000 kostet uns das jetzt das ist schon günstiger als ein neubau ne hoffe ich doch cannot have upper belt okay so dann haben wir es jetzt aber ja so wir machen direkt mal design chip ich will mal gucken was jetzt so ein leichter kreuzer kostet mit 8000 tonnen ja also ne das ist schon teurer und der ist jetzt noch nicht ausgerüstet also mit irgendeinem äh tollen schnickschnack hier zack 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 ne also weil das ist halt zehn monate länger also hier sind wir jetzt bei äh 22.000 weiß ich nicht 25.000 irgendwie so ähm ok dann sind wir jetzt schon bei 53 minuten dann ballern wir das ja jetzt noch schnell durch you are due to hold a speech at the annual gathering at the naval league you are prepared to safeguard da kriegen wir nochmal geld aber die spannungen gehen dann wirklich deutlich hoch das machen wir jetzt erstmal nicht müssen es ja nicht übertreiben achso ähm was wir noch machen können machine redevelopment sehr schön providence continuous wir gehen nochmal in die base overview rein und werden turn the emton und auch willemshaven als auch kolbe äh kamen wir schon auf cap pillow die basen ausbauen so tja machen wir auf jeden fall noch fertig in dieser folge wir haben echt ganz schön viel kohle sehe ich gerade äh disamon conference is being held in the hargwood oh ne 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 we should not be limited in our society by any restrictions keep up on appearance of being reasonable we can live with reductions keep up on appearance of being reasonable but don't agree to anything binding we should not be limited in our national security by any also da lösen wir das hier auf oder was das machen wir jetzt natürlich nicht conference reveals strong disagreements some nations want to appropriate the current treaty what line should our oi try to to mediate and get an agreement vielleicht das beste we should try to argue for increasing the total tonnage limits by 20 percent we were never very happy boah ne lem ich mir mal eine tasse coffee mal The total tonnage, da haben wir eigentlich genug, das ist nicht das Problem, also schön wären halt diese 10.000 Tonnen, wir versuchen aber mal zu vermitteln, als friedliebende Nation, die wir nun mal sind. Moment, es reached, oh nein. Error in Great Arms Control Treaty Procedure, oh. Neues Scoutplane, da gucken wir einfach auf die Range, weil das ist das Wichtigste für mich hier. Die Messerschmidt Me 88, oh Gott, ich kotze im Strahl. Ich kotze im Strahl. The Chancellor has made a foreign policy, Gav, you are asked to smooth things. I would never presume, ja, gibt uns Prestige. Machen wir so. Zack. Mein Krieg ist, dann wird das sowieso alles aufgelöst, also von daher. Sollen wir jetzt schon mal, nee, das machen wir nächste Folge, wir sind schon bei 57 Minuten, wir müssen mal ein bisschen vorankommen. With Tension Low, ja, Dankeschön. USA is hosting an international Regatta. Ja, go for the win natürlich. Research Breakthrough, nice. Magazine Box, nice. The Dornier Committee has developed a naval patrol aircraft as a private venture, they want to know. Ja, dann zeig mal her, was hast du da? Ja, das macht viel mehr Spaß jetzt als unser letztes Spiel, ne? Weil da konnten wir ja nichts machen, wirklich. Ach, guck mal, die Dornier. Ist das schon die Arado, unser, nee, das ist gar nicht unser neues. Ach so, nee, das ist aber kein Scout, ne? Das ist ein, ah ja, nice. Ja, machen wir, klar. Gehen's. Voll gut. Ja, das macht viel mehr Spaß diesmal, muss man echt sagen. So, November 1920. The Chancellor has returned from a visit to Soviet Union, bringing home a proposal to solve outstanding source of tension between our nations. Aber da kriegen wir das Budget gekürzt, das möchte ich nicht, also nicht für Russland. Research Breakthrough, Armour Development, jawohl. Und dann, last but not least, when spending increases, the military will receive smaller, ja, ja. Ah ja. Enables Conversion to Full Size Carrier. Ah, gut, dass wir jetzt noch nicht gemacht haben. Our Most Modern Fighter, ja, machen wir. Ne, das können wir jetzt alles so. So, Fighter, Manövrierbarkeit und Geschwindigkeit. So, wir machen mal Ships and Service, das will ich mir gerade nochmal angucken, weil dann können wir jetzt in den Kommentaren hier gleich ein bisschen schöner diskutieren. Die Vinette, Open for Rebuild. Es bleibt trotzdem ein leichter Flugzeugträger. Da, da sparen wir noch ein bisschen Gewicht, 24 Knoten, weil dann kann die nämlich hier mit den DIG-Schiffen mithalten, das reicht völlig. Das heißt, reicht völlig, aber es ist zeitgemäß, sagen wir so. Wir hatten doch vorhin, da haben wir mehr Flugzeuge an Bord. Das sind nur 20. Frechheit. Naja, das gucken wir dann die nächste Folge an. Aber gut, einen schweren Flugzeugträger, also einen regulären Flugzeugträger können wir daraus nicht machen. Das ist schade, aber wir können auf jeden Fall einen leichten Träger. Es ist dann ein klassischer Begleitträger, also der viele Jagdmaschinen an Bord haben wird, also der einfach Jagdschutz dann für die Flotte fliegen wird. Aufklärung für die Flotte, das sind so die Hauptaufgaben eines Begleitträgers. Da werden jetzt nicht die fetten Torpedo- und Sturzkampfgeschwader und so an Bord sein. Das ist nicht das Ziel. Aber wir hätten eben einen Begleitträger für unsere Schlachtschiffflotte, was ich ganz cool finde. Ja, krass, das wäre jetzt fünf Jahre länger hier dieses olle Abkommen. Aber ich wollte auch nicht gleich dann jetzt hier alles wieder auflösen und dann hat man Krieg. Und ich meine, es gilt ja für alle, von daher haben wir da jetzt keinen Nachteil. Aber wir müssen natürlich ein bisschen schlau unsere Flotte designen. Okay, ihr Lieben. Ja, ich habe richtig Bock, tatsächlich jetzt hier in den 20er Jahren zu spielen. Das war vorher ein bisschen anders mit den Restriktionen des Versailler Vertrags. Von daher sehe ich einer sonnigen Zukunft entgegen. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Tschö, tschö. Tschö. Tschö, tschö. Tschö, tschö. und отделen. Tch.. Vielen Dank.